. Herzlich willkommen zu unserer 5-Euro-Megashow. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß. Schön, dass Sie mit dabei sind. 50 Minuten, Schnäppchen über Schnäppchen. Einer nach dem nächsten. Sie dürfen gerne bis zu 5-mal Probesteller zugreifen. Bevor ich noch weiter über meinen Stuhl lamentiere, rufen wir unsere hübschen Moni. Der kurscht wirklich. Passt bitte auf. Ich habe mich nicht so weit nachgedreht. Ich habe es gehört. Ich habe abgenommen. Trotzdem knirscht der Stuhl. Was haben wir hier Schönes? Ein Fünfer-Set. Ein Fünfer-Set an Kugelschreibern. Moment. Jetzt kommt es. Pass auf. Ja? Ja? Es ist ein 4-in-1-Kugelschreiber. Kugelschreiber kriegen Sie überall. Aber ein 4-in-1-Kugelschreiber und davon auch noch 5 Stück, das kriegen Sie eigentlich nur bei uns. Das ist ein Kugelschreiber. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Der hat so eine softe Spitze drauf. So eine Soft-Touch-Spitze. Um ganz einfach mal hier auf so einem Smartphone oder Tablet oder sowas mal ohne die Fingertippsel rumtippen oder rumschreiben zu können. Das ist Funktion Nummer 2. Funktion Nummer 3 ist eine kleine Taschenlampe. Die finde ich ganz, ganz cool. Habe ich so ehrlich gesagt an einem Kugelschreiber auch noch nicht wirklich gesehen. Und damit sind wir bei Funktion Nummer 4. Dieser Kugelschreiber ist gleichzeitig, wenn Sie ihn ein wenig abknicken, eine Halterung für ein Smartphone. Ganz genau. Wir können das mal gerade hier ausprobieren. Möchtest du? Sehr gerne. Das geht nur mit den blauen Modellen? Nur mit den blauen. Ja. Also, abknicken. Dann haben Sie hier so ein Smartphone. Es kommt ja häufiger schon mal vor, dass man mal was sehen möchte. Eher, dass man ein Video gucken will oder so. Dann stellst du die ganz einfach, zack, so auf. Tada. Wow, das finde ich super. Oder ist der kleinste Handyaufsteller der Welt. Mega. Das finde ich großartig. Richtig, gut. Das hast du mir, Carsten, zum ersten Mal beim letzten Mal gezeigt. Da war ich schon mega begeistert. Habe ich dir zum ersten Mal beim letzten Mal gezeigt? Ja, genau. Also quasi jetzt zum zweiten Mal. Richtig. Aber die Begeisterung ist immer noch dafür da, denn der ist wirklich mega praktisch. Weißt du, wofür ich fast drei Jahre gebraucht habe, bis ich das begriffen habe? Du kannst diese LED-Lampe, die dabei ist, kannst du so abknicken, dass du beim Schreiben Licht hast. Ja, das ist ja cool. Ich habe mir extra eine Schreibtischlampe geholt, weil ich nicht mehr wirklich sehen konnte, was ich da eigentlich aufschreibe. Gerade jetzt so in die Dunkelheit hinein. Ich sitze da mit dem Rücken zum Licht. Wenn Sie so schreiben möchten, haben Sie quasi das Licht genau an der Stelle, wo Sie schreiben wollen. Das ist, dass Sie sehen, was Sie da schreiben. Was ja mitunter durchaus sinnvoll sein kann. Ganz genau. Also, schönes Teil. Und das haben wir in fünf verschiedenen Farben. Das sind fünf verschiedene Farben in diesem Set. Fünf Stück bekommen Sie von uns. Und ich glaube, einen Kugelschreiber kann man immer gebrauchen. Ich nutze die Kugelschreiber übrigens seit vielen Jahren, um meine Muttkarten zu schreiben. Ich finde die fantastisch. Übrigens auch von der Mine her sehr ergiebig. Man kann die Mine auch austauschen, wenn sie irgendwann leer sein sollte. Also meine Farbe wäre das Rote und ich mag dieses knallige Stahlblau hier. Wie sieht es bei euch aus? Ich wäre für schwarz. Schwarz. Und ich bin für orange. Orange. Auch schön. So, und der hell, der türkisfarben will keiner, oder was? Den finde ich auch schön. Den nimmst du mit ins Büro und lässt den einfach mal liegen. Nein, nein. Schöne Farben für fünf Euro. Entschuldigung. Wenn du mal guckst im Non-Food-Bereich, also im Supermarkt, im Schreibwaren. Ich habe keinen Schreibwarenladen mehr gesehen. Aber im Supermarkt kannst du dir auch mal so ein Zweier- oder Dreier-Set oder was Kugelschreiber kaufen. Da kostet dich so etwas mittlerweile so sieben oder acht Euro für so einen popligen Kugelschreiber. Und die können bei weitem nicht das, was unsere Kugelschreiber können. Eine Vier-in-Eins-Lösung und davon bekommen sie fünf Stück. Für fünf Euro ist der Mann Knaller. Das ist wirklich ein Knaller. Vor allem, ich finde die auch richtig schön. Und das Wichtige daran ist ja, dass die auch wirklich sehr weich und sehr gut schreiben. Das finde ich immer ganz wichtig, weil dann ist die Schrift auch immer noch mal schöner. Und im Büro gerade macht die ganze Arbeit viel mehr Spaß, weil man eben auch die passenden Kugelschreiber immer dabei hat. Und hier sind sie natürlich super ausgestattet. Mit fünf Stück für fünf Euro lohnt sich das so richtig. Preiswert und gut, schreibt die Renate aus Berlin. Ein kleines Geschenk für viele Anlässe. Der Gerd aus Bad Wurzach ergänzt noch für die Tasche unterwegs. Gut zu verstauen. Ich finde das mit dieser Handyhalterung großartig. Ja, also auch wenn du mal so ein Video-Call machst oder guckst dir mal so ein Video oder was, und trinkst da bei einer Tasse Kaffee, muss das Ding nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Ja, das stimmt. Jetzt das hier ganz einfach aufstellen. Also fünf Stück SD2206 und die 569. Sie dürfen übrigens gerne bis zu fünfmal pro Besteller Gas geben, wenn Sie das möchten. Es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes. An der Stelle funktioniert das und Sie können gerne mehrmals zugreifen. So. Guten Tag. Dankeschön. Dankeschön. Das ist schwer. Ja, das liegt nur an dem Beiprodukt. Das liegt an dem Beiprodukt? Mhm. Oh, dieser Hinkelstein, der hier drin ist? Nein, nein, nein. Das ist eine Powerbank. Moment, ist das ein LED-Streifen? Mhm. Wie cool ist das denn? Wie lang ist der? Der ist zwei Meter lang. Zwei Meter? Für fünf Euro. Zwei Meter LED-Streifen. Wahnsinn. Und ich denke mit Farbwechsel. Hier ist eine Fernbedienung dran. Oh ja. Für fünf Euro ist ein Knaller. Ja, ich liebe solche LED-Hintergrundbeleuchtungen. Wir sehen es gerade zum Beispiel hinterm Fernseher. Da sieht das Bild dann gleich viel größer aus. Und man hat einfach noch eine indirekte Beleuchtung. Ich mag das aber auch gern mal unterm Sofa, unterm Bett. Oder vielleicht auch einfach mal so in einem Regal mit reingeklebt. Das sieht super schön aus. In der Tat. Wer hat mir das erzählt von euch beiden? Du warst das mit der LED. Gestern hatten wir es erst davon, dass ich meine ganze Wohnung richtig schön dekoriert habe mit so LED. Wie heißen die denn? LED-Streifen oder Dekoration kann man natürlich auch dazu sagen. Weil ich benutze es immer als LED-Deko. Ich habe das nämlich bei mir zu Hause um den Spiegel herum. Und auch am Fernsehen entlang. Das sieht so schön aus. Ja. Also ich finde, da hat man Licht und Deko beides in einem. Und hier heute bekommen sie zwei Meter für nur fünf Euro. Das ist wirklich mega schön. Also so ein LED-Streifen auf zwei Meter Länge und der auch noch mit Farbwechsel. Der liegt normalerweise so locker bei 15 bis 20 Euro. Ja. Für die Spitzenklasse. Ich schalte die Farben mal durch. Wir hatten jetzt gerade das Türkis-Blau. Jetzt kommt das Blau. Jetzt geht das eher so in Monikas Lieblingsfarbe hinein. Oh ja. Das wäre so deins zu Hause. Schön harmonische Farbe. Ja. Eine gesunde Hautfarbe. Jetzt kommen meine Lieblingsfarben. So ein bisschen Orange-Rot finde ich immer klasse. Ja, das wäre so ein leichtes Grün. Und da sind wir wieder bei Türkis angekommen. Kann man das nicht auch per App steuern? Geht das auch? Steht das da irgendwo? Ja, ganz genau. Man kann das sogar per App und mit Sprachsteuerung steuern. Das ist cool. Ja, also das ist wirklich richtig cool. Alexa, Stimmungsbeleuchtung. Wow. Jetzt. Und dann leuchtet es hinterm Fernseher, unterm Sofa. Ja. Kleiderschrank. Kommt alles an zu leuchten und Barry White singt sein Lied. Jihau. Oder auch ohne diesen Barry White, der auch immer das ist. Du kennst Barry White nicht? Oh. My first, my last. Doch, vielleicht haben wir doch Barry White. Nein? Dauert auch hören wir. Ja, ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja, ja, ja. Aber so eine schöne Beleuchtung ist einfach wirklich richtig cool. Gerade so um so einen Spiegel als Hintergrundbeleuchtung. Fernseher machen das immer viele. Man sagt ja immer, man braucht nochmal ein zweites Licht neben der Fernsehbeleuchtung. Ist besser für die Augen. Ja. Und viele Hersteller, ich kenne einen speziellen Hersteller, die machen das also mit so einer Hintergrundbeleuchtung im Fernsehgerät selber. Kostet ein Heidengeld. So etwas kann man ganz einfach selber machen. Die sind selbstklebend und lassen sich auch kürzen bitte an der richtigen Stelle. Also da, wo das Kabel nicht dranhängt sozusagen, das werden sie ein Problem mit der Stromzufuhr bekommen. Aber alles in allem eine richtig coole Angelegenheit. Macht sich gut und für 5 Euro ein echter Schnapper. Und dadurch, dass sie hier gerne bis zu 5 Mal pro Besteller zugreifen können, können sie sich mal hier mit LED-Streifen richtig eindecken. Die sind unverwüstlich, brauchen keinen nennenswerten Strom und sehen einfach nur klasse aus. Vor allem, ich finde es ja so schön, dass sie auch einfach die Farbe wechseln. So viele verschiedene Farboptionen haben wir hier mit dabei. Hier sehen wir das gerade auch nochmal im Fernsehen, wie schön es dann wirklich strahlt. Und damit kann man natürlich wirklich die ganze Wohnung dekorieren und hat noch wirklich eine schöne Atmosphäre bei Ihnen zu Hause. Wenn Sie jetzt bestellen mit der ZX5106 und die 569. Und wir machen direkt weiter. Ja, ich teste gerade noch bei dem Stuhl. Ich traue dem Braten ja noch nicht. Ja, wir haben ja vier von den weißen Stühlen hier. Du wirst es lieben. Und einer davon ist angeklaxt. Jetzt bin ich gespannt. Also ich höre schon mal nichts, aber ich guck mal rein. Es ist echt ein super Produkt. Oh, du hast recht, Moni wusste schon, was ich mag. Das mögen wir beide natürlich. Oh ja. Gibt es eine gerade mal in dich weiter. Und zwar eine Haarbürste. Ja. Aber nicht nur eine ganz normale Haarbürste, weil mit dieser Haarbürste siebt es nicht mehr, wenn Sie sich die Haare kämen, wenn Sie vielleicht Ihrer Enkeltochter mal ein Zöpfchen machen wollen und die Haare kämen. Oder wie gesagt bei sich selber. Und ich habe das Gefühl, die Haare glänzen dann viel, viel mehr. Das stimmt. Ja, du kannst da jetzt nicht ganz so mitreden, aber du benutzt auch eine Bürste. Ein Kamm, um ehrlich zu sein. Ein Kamm. Entschuldigung. Aber bei den kurzen Haaren ist es wahrscheinlich eher unnötig. Aber bei längeren Haaren kann ich mir vorstellen, wenn du die wächst oder wenn du sie trocken rubbelst, dann entstehen ja schon mal kleine Knötchen. Bei einem erwachsenen Menschen tut es auch nicht gerade minder weh, aber bei einem Kind beispielsweise, wenn man da versucht, die Haare durchzubürsten und das ziebt, ist das Geschrei natürlich groß. Jetzt bekommen Sie hier von uns aber nicht nur eine. Sie bekommen ein Zweier-Set. Das heißt vielleicht mal eine für zu Hause. Und eine zweite für die Handtasche. Und das soll so einen gewissen Massageeffekt haben. Und da sind lange und kurze Borsten drin. Ganz genau. Schau mal, wie die jetzt glänzen. Das stimmt. Die glänzen jetzt so richtig schön. Siehst du doch auch, oder? Ja, da ist ein riesen Unterschied. Ja, und ich kenne so einen Produkthersteller von so Haarbürsten. Kennen Sie vielleicht auch. Da kostet eine über 40 oder 50 Euro. Eine? Ja. Das stimmt. Du weißt, was ich meine. Und hier, die sind viel, viel besser. Und jetzt zwei für fünf Euro. Wahnsinn. Das ist wirklich ein mega Angebot. Ich kenne das auch. Ich habe auch so eine Bürste meiner Schwester mal geschenkt. Ich glaube, 40 Euro habe ich dafür ausgegeben. Dafür, dass sie eben nicht zieht und dass die Haare gut gekämmt werden können. Und die gibt es heute im Doppelpack für nur fünf Euro. 40 Euro für eine Bürste? Ja. Man gibt natürlich dann auch viel Geld aus, weil man dieses Ziepen nicht mehr möchte. Das tut richtig weh. Aber hiermit kommt man da viel günstiger dran. Und wir benutzen die auch täglich bei uns hier in der Maske. In der Tat. Ich habe die Jana auch schon ein paar Mal damit rumlaufen sehen. Ja. Also zwei Stück. Kein Ziepen mehr. Mühelos und sanft verknotetes Haar entknoten. Und es ist wirklich irre, wie das anfängt zu scheinen. Das ist also... Boah. So. Hilft wirklich gut. Weiß auch die Marianne aus Nürnberg zu berichten. Zieht nicht am Kopf. Tolle Idee. Ja. Die Bürste ist sehr gut, sagt auch die Gudrun aus dem schönen Köln. Und sie zieht nicht. So kann ich die Haare meiner Enkelin ohne Probleme durchkämmen. Also scheint wirklich ein Thema zu sein. Und die Pia aus Sinsheim sagt uns, ein ideales Produkt. Habe gleich zwei Pakete bestellt. Konnte mir bei Pearl diese Vorführung... Konnte mir bei Pearl TV diese Vorführung des Produktes gut verinnerlichen. Diese Haarbürsten sind wirklich so gut, wie die Vorführung zeigte. So. Jetzt sind Sie dran. NX8842. Und die 569. Nochmal. Für 5 Euro bekommen Sie hier zwei Stück. 40 Euro für eine Haarbürste. Sie sind ja bekloppt. Oh. Oh. Dankeschön. Das überlasse ich hier. Das überlasse ich hier. Ich weiß, du bist ein Fan. Danke. Ich nehme die entsprechende textliche Darstellung dieses Artikels. Für mich persönlich ein Weihnachtsmotiv. Wobei ich glaube, dass ich damit nicht nur an Weihnachten punkten kann. Ich glaube, das ist gerade mit dem Kerzenmotiv etwas das Ganze hier, oder? Zeig doch mal gerade. Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Ja, es sieht wunderschön aus. Das ist doch superschön. Gerade jetzt, wo es draußen schneller dunkel wird. Es ist kalt. Es ist regnerisch. Es ist ungemütlich. Und wirklich richtig kalt geworden. Da möchte man sich so drin wirklich einfach schön warm machen. Und vielleicht auch mit Deko. Und ich finde hier dieses Wandbild wirklich schön. Wie heißt das denn, Carsten? Das ist das Wandbild, das Leinwandbild Advent. Oh ja. Mit Kerzenflackern. Ja. Ja, richtig. Das Schöne ist, dass es ja hier und da auch mal Situationen gibt, wo du vielleicht ganz einfach kein offenes Feuer gebrauchen kannst. Also keine echten Kerzen gebrauchen kannst. Oder vielleicht auch einfach mal an einer ganz bestimmten Stelle überhaupt keine echten Kerzen anzünden darfst. Pflegeheim, Altenheim beispielsweise, Kindergarten. Das sind solche typischen Situationen, wo das eben nicht zulässig ist. Jetzt haben sie trotzdem diesen Look echter Kerzen. Weil hier die entsprechenden LEDs dabei sind. Das sind also insgesamt sogar neun flackernde Candlelight-LEDs. Ja, so wird immer so ein bisschen vor sich hin flackern. Und ich finde gerade durch diese Candlelight-LEDs bekommt dieses Bild eine unglaubliche Tiefe. So ein richtiges dreidimensionales Objekt, was wir hier haben. Und ich kenne keinen Menschen, der Kerzenlicht nicht schön oder romantisch findet. Ja, das stimmt. Du magst es doch auch gern bei dir zu Hause, oder Tracy? Ja, ich liebe das ja total. Moni hat es mir gerade auch gezeigt, dass man das wirklich nur mit einem Knopfdruck schnell anschalten kann. Ja. Ich finde, das sieht einfach so schön aus. Das ist nicht so ein langweiliges Bild, wo einfach mal irgendwie irgendwo da steht. Sondern hier haben wir wirklich eine wunderschöne Leinwand mit Licht. Das heißt, bei Ihnen zu Hause wird eine mega schöne Atmosphäre geschaffen. Da kann man sich wirklich einfach nur super wohlfühlen und es sich auch super kuschelig machen. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, da verbringt man ja sowieso sehr viel Zeit zu Hause. Und da möchte man es sich ja auch schön und gemütlich machen. Und für 5 Euro, ich glaube, da kann man echt alles richtig machen. Sogar als Geschenkidee, ich glaube, da freut sich wirklich jeder darüber. Mit Sicherheit. Ich möchte wetten, wenn du sowas mal auf dem Weihnachtsmarkt suchst. Es geht ja jetzt auch bald wieder los. In vier, fünf Wochen ist wieder Weihnachtsmarktzeit. Ich glaube, in der letzten Novemberwoche sogar schon die ersten Weihnachtsmarkte. Und du siehst, solche Bilder wirst du ein kleines Vermögen dafür bezahlen. Wir haben bisher vier dieser Kerzenwandbilder zum Verschenken und eins für uns selbst bestellt. Schreibt uns die Rita aus Nordheim. Wenn wir ganz laut Danke rufen, wird sie es in Nordheim hören. Das ist ein paar Kilometer nur entfernt von unserer Position aus. NC8555 und die 569. Und sie dürfen ihr gerne bis zu fünfmal pro Besteller zugreifen, wenn sie das möchten. Vielleicht eins für sie selber oder zwei nebeneinander. Auch drei nebeneinander sehen toll aus. Und vielleicht suche ich ja mal eine schöne Geschenkidee mal für einen schmalen Taler. Ist doch so eine schöne Idee. Schon wieder so schwer. Das ist perfekt für dich. Also für die Größe ist das eigentlich relativ schwer. Das ist... Überleg mal. Das ist keine Kerze. Das ist ein Kapselheber. Ein Flaschenöffner. Ein Flaschenöffner. Genau. Ja, ganz genau. Gib dir mal einen rüber. Den kannst du doch gut gebrauchen, oder? In der Tat. Braucht man immer wieder. Ich mag diese, diese kleinen, diese kleinen Kapselheber nicht. Also diese Flaschenöffner. Finde ich immer äußerst unpraktisch. Vor allen Dingen schwappt man da ganz gerne mal häufig drüber. Jetzt haben sie hier einen Kapselheber, den man einfach nur quasi auf die geschlossene Flasche draufsetzt, dem oberen Teil. Und so kurz runter drückt. So klack. Ja. Und durch dieses klack zieht sich im Inneren eben so eine, ein kleiner Mechanismus zusammen. Und der hebt diese Kapsel, hebt diesen Kronkorken von dieser Flasche runter. Finde ich eine ganz coole Angelegenheit. Und er macht diesen Kronkorken auch nicht kaputt. Hat man ja schon mal. Dann trinkst du so eine Flasche, mal so einen 0,3 oder 0,5 oder was, nicht ganz aus. Wenn du so einen verbogenen Kronkorken hast, kannst du es nicht mehr zumachen. Wenn der Kronkorken intakt ist, setzt du den ganz einfach wieder drauf. Und das geht wirklich einfach nur draufsetzen, sagen wir mal draufhauen oder so ein bisschen runterdrücken. So ein klack. Das merkt man auch. Und dann ist die Flasche auch schon geöffnet. Manch einer versucht das mit einem Feuerzeug oder mal mit einer Tischkante oder sowas. Ja. Mit einem Zahn habe ich auch schon gesehen. Zahn. Soll man bloß nicht. Um Gottes Willen. Bloß nicht. Also ich glaube, das hier die edlere Variante und auch die saubere Variante finde ich auch optisch ansprechend, oder? Ja. Ich finde ihn so schön, gerade so in Rot. Da muss man erst mal darauf kommen, dass das ein Flaschenöffner ist. Den kann man ja wirklich mal auf dem Tisch auch so stehen lassen. Ja, ja. Natürlich. So gut wie der aussieht. Und wisst ihr wie der heißt? Der heißt Push to Open. Push to Open. Genau. So funktioniert der nämlich auch. Man drückt da einmal drauf und zack ist die Flasche auf. Cool. Sehr cool. Also wirklich mal ein Design-Highlight finde ich. Also ich glaube, wenn Sie sowas auf dem Tisch stehen haben, wird wahrscheinlich jeder mal gucken und sagen, was ist das denn da eigentlich? Oh ja. Und dieser Aha-Effekt, der ist ganz einfach da. Wenn Sie dann sagen, das ist ein Kapselheber. Schau doch mal. Zack. Drauf drücken. Bombs. Ist die Flasche auch schon geöffnet. Für 5 Euro doch ein echter Knaller. Ja, finde ich auch. Können Sie jetzt bestellen mit der NC 3073 und die 569. Hier habe ich auch noch einen Kundenbeitrag von Christian. Er schreibt, das ist mal mitgedacht vom Hersteller. Die Flaschen lassen sich super öffnen. Überhaupt, wenn man mit den Händen ein Problem hat. Also echt sehr praktisch und sieht auch wirklich sehr schön aus. In Rot für 5 Euro. Kann man sich mal bestellen. Warum nicht, oder? Mal eine Variante. Mal was anderes zum Kapselheben. Zack. Ich finde, wir zeigen heute auch mal wieder eine schöne Bandbreite dessen. Dankeschön. Was wir heute hier zeigen. So eine schöne Bandbreite aus unserer Produktpalette. Oh, Moni hat mir wieder mein Lieblingsprodukt gebracht, weil sie weiß, dass ich das voll lieb. Und zwar haben wir hier in Roségold unsere Leuchte. Ich mache es gerade mal an. Aha. Zack. Oh, die war schön. Bitte schön. Die ist für dich schön. Die gefällt mir auch richtig gut. Schöne Beleuchtungsideen hier bei Pearl TV. Ich mag diesen, ja, roségoldenen Sockeln, den finde ich auch sehr schön. Passend dazu aber eben so diese Milchglasoptik in diesem konischen Zusammenlaufen und dann damit einhergehend eben auch dieses Warmweiß von dieser LED-Tischlampe. Und ich mag, dass das Ding quasi wie von selber angeht, weil Sie natürlich vorne an diesem kleinen Knubbel sehen können. Da ist ein Bewegungsmelder dran. Sie können sich entscheiden, wie Sie es beleuchten wollen. Sie können gerne über den Bewegungsmelder gehen. Da haben Sie eine Art Nachtlichtfunktion oder eben eine Beleuchtung dann, wenn Sie daran vorbeigehen oder wenn Bewegung entsteht. Sie können auf Dauerleuchten schalten. Und das Schöne ist, Sie können sich hier auch kabelfrei in der kompletten Wohnung bewegen müssen. Also nicht die nächstbeste Steckdose suchen. Nur wenn Sie es aufladen möchten. Sie könnten es aber auch jederzeit mit Dauerlicht betreiben. Finde ich sehr schön. Passt auch von der Größe her, finde ich. Mal super für das Sideboard. Oh ja. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Vor allem das Schöne daran ist, dass man die einfach beweglich von A nach B mitnehmen kann, von Zimmer zu Zimmer. Das finde ich natürlich auch ganz wichtig, dass man hier keinen Kabelsalat hat, sondern wirklich einfach hier ohne Kabel das Licht. Und das sieht vor allem gerade so in Rosé-Gold, finde ich voll schön. Das hat was, oder? Mhm. Wir reden jetzt hier von 5 Euro. Und ich bin mir sehr sicher, dass Sie so eine vergleichbare Beleuchtung, gerade hier mit Bewegungsmelder und Akkubetrieb und so weiter, mit Sicherheit an anderer Stelle wesentlich kostspieliger bezahlen müssen. Und deswegen nutzen natürlich viele unserer Kunden, die gelegen haben, bestellen Sie gleich zwei Stück vielleicht mal als Nachttischbeleuchtung. Eine rechts, eine links oder eben auch mal als Flurbeleuchtung für ein schönes Sideboard. Ich finde übrigens hier in diesem Bild wird die Lichtfarbe der reellen Lichtfarbe nicht wirklich gerecht. Das ist eher so ein schönes bernsteinfarbenes Warmweiß, was wir hier haben. Übrigens auch top geeignet für das Badezimmer, weiß die Maria aus Düsseldorf zu berichten. Endlich finde ich nachts problemlos den Weg. Ist ja häufig ein Problem, wenn Sie kein großes Licht anmachen. Ganz genau. Da kann man das einfach mal hinstellen. Da muss man nicht zum Lichtschalter, dann wird man nicht richtig wach. Also das ist dafür auch super geeignet. Ja, und der Albert aus Lappersdorf schreibt uns, für uns ideal, um nachts beim Aufstehen nicht das normale Licht anzumachen. Der hat uns gerade, um das ganze Haus aufzuwecken. Genau so ist das. Das ist übrigens automatische Abschaltung bei Bewegungsmelder nach 25 Sekunden oder mit dem Ende der Bewegung. Also pro Stück 5 Euro mit der NX5159 und der 569 dürfen Sie gerne bis zu 5 mal pro Besteller zugreifen. Sehr, sehr schöne Artikel. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt wollen wir da mal gucken. So. Ja, so. Yay. Dankeschön, Moni. Mir wurde geheißen, wir sollen vorsichtig mit unserem Buzzer umgehen. Ja, hast du gut gemacht. Das habe ich leider gesehen. Ja, oder? So ein süßer Buzzer. So. Apropos vorsichtig sein. Hier haben wir jetzt ein Produkt, was man wirklich mal gebrauchen kann. Hier haben wir ein Alkoholmesser. Aha. Ein Alkoholtestgerät. Ja, das heißt, wenn man mal auf einer Party war oder mal ein Bierchen getrunken hat, bevor man ins Auto steigt und losfährt, finde ich das wirklich praktisch, dass man nochmal schaut, kann ich dann wirklich noch fahren oder eben heute nicht mehr. Ganz, ganz wichtig. So was zu haben. Oder? So sieht das Ding aus. Mit entsprechenden Tüllen zum Wechseln. Ich gehe mal davon aus. Ich gehe mal kurz an. Sind die gewechselt? Nein? Geht das so? Zack. Zack. Da müsst ihr einen Moment warten. Muss ich eben kurz die Tüllen austauschen. Ja. Wie viele sind dabei? Es sind 20 Wechseltüllen dabei, oder? Wahnsinn. Aber es ist auch der Preis-Alarm. Also hier würde Probesteller nur einmal zugreifen. Aber Tracy hat das schon gesagt, das ist für ihre eigene Sicherheit wirklich gut, das einfach mal zu wissen. Gerade wenn man vielleicht jetzt auf einer Weihnachtsfeier kommt ja auch bald wieder war. Man sollte bloß nicht getrunken haben und Auto fahren. Davon distanzieren wir uns hier auf jeden Fall bei Pearl TV. Deshalb am besten jetzt hier unseren Preis-Alarm bestellen und für 5 Euro. Also das kann wirklich echt enorm viel hier einfach, dass man auf der sicheren Seite ist und enorm viel Schaden hier verhindern. Also super. So, was muss ich tun? Ich muss den einschalten. Beep. Pusten. Achso, Moment. Ja, Moment. Jetzt ist der Countdown schon abgelaufen. 6, 5, 4, 3, 2, überraschenderweise 1, 0. Und da sind auch verschiedene Mundstücke mit dabei. Sehr gut. 20 Stück sind da mit dabei. So, Carsten probiert es gerade mal schön aus. Ich bin mal gespannt. Hast du das auch richtig? Ja. Fertig? Wir haben es gehört. Stocknüchtern. Ach ja, gut. 0,0. Wie ist es? So sollte es sein, ja. Ja. Also, don't drink and drive. Ist natürlich ein Thema, ist aber auch logischerweise mal... Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ja. Ist auch mal ein sehr, sehr guter Party-Gag. Wir haben das wirklich mal getestet. Wir haben mal eine Sommerparty bei einem sehr guten Freund gehabt. Und der hatte einen Alkoholtester zu Hause. Er hat gesagt, wir machen uns jetzt mal den Spaß. Dann haben wir einen Schnaps genommen. So richtig durchgegurgelt und haben da mal reingepustet. Was meinst du, dass da für Werte rauskommen? Der misst ja den Atemalkohol. Ah, okay, ja. Ja. Es war ein Spaß. Wenn man natürlich irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt war und Glühwein oder zwei hatte und sich nicht ganz sicher ist, komme ich jetzt irgendwo in den Grenzbereich. Für mich persönlich gilt ganz klar, wenn ich fahre, trinke ich keinen Alkohol. Punkt. Da gibt es auch gar keine Diskussion. Manch einer kommt dann aber mal in die Bedrohung, trinkt mal ein Glas Wein oder sowas. Alles möchte einfach auf Nummer sicher gehen und dafür sind die natürlich fantastisch. Ich meine sogar, dass sowas in Frankreich mal vor einigen Jahren Pflicht war. Ja, richtig. Oder? Heute nicht mehr, glaube ich. Aber ich finde die Idee hervorragend. Finde ich auch richtig gut und für 5 Euro sollten sie es auf jeden Fall jetzt bestellen. Ja, also passt. Passt. Mal eben Alkohol testen. Mit Atemalkohol. Preisalarm sagt ihr, ne? Richtig. Ja, also nur einmal pro Besteller. Wie viele Tüllen sind dabei zum Wechsel? Da sind 20 Wechsel-Mundstücke mit dabei und das Ganze ist natürlich auch noch batteriebetrieben. Ja. Also damit kann man wirklich auf Nummer sicher gehen. Wir schauen jetzt gerade mal bei pearl.de rein, was es dort kosten würde. Da liegen wir gerade bei 14 Euro. Heute bekommen sie es für nur 5 Euro. Das heißt, es lohnt sich wirklich. Leider dürfen sie hierbei aber nur einmal bestellen. Aber bestellen lohnt sich definitiv mit der NX 4785 und die 569. Ja, also sollte man auf jeden Fall mindestens im Auto oder auch einfach mal zu Hause haben, wenn man Besuch hat oder so. Oder auf einer Party mal war. Also lieber mal auf Nummer sicher gehen. Auf Nummer sicher gehen ist ganz wichtig. Lieber einen haben und keinen brauchen, dass einen brauchen und keinen haben. Ganz genau. So. So. Was ist das denn? Das sieht aber gemütlich aus. Bitte schön. Ja, Tracy kann sich es gemütlich machen. Ist das ein Nackenkissen? Dankeschön. Ne, Kopfkissen. Richtiges Kopfkissen. Kopfkissen? Ja, bin gespannt. Auf jeden Fall sehen wir hier schon extrem den Unterschied. Die Tracys ist schon aufgeblasen und meins ist hier noch so, wie es zu ihnen kommt. Aber ich brauche jetzt gar keine Luftpumpe, weil die ist nämlich hier integriert. Ich muss hier einfach noch ein bisschen draufdrücken. Wie, das ist eine Luftpumpe integriert? Das ist wirklich... Aber ist schon so ein Blasebalk auf der Seite oder was? Ah. Guck mal. So, jetzt kannst du also einfach drücken und pumpen. Andere Ventil ist zu. Moment. Also, Sie machen erst mal das Ventil zu. So, Ventil ist zu, genau. Und jetzt wird gepumpt. Ist das cool. Und am Ende hat man dann das Kissen, was Tracy in der Hand hat. Wir beobachten Sie jetzt mal aufmerksam, wie lange Sie braucht, um das Kissen aufzupumpen. Nein. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Sie können ganz einfach per Lungenvolumen versuchen, das Ganze über dieses Sicherheitsventil aufzupusten. Der eine oder andere weiß, das ist gar nicht... Das geht auch nicht. Das ist gar... Das ist gar nicht... Gar nicht so einfach. Oder aber Sie sagen sich, pass mal auf, bevor ich hier den ganzen Aufwand betreibe und danach völlig aus der Puste bin, dann pumpe ich das Ganze eben auf. Und das geht schnell. Ja, das macht richtig Spaß, finde ich richtig klasse. So ein Kissen braucht man immer mal, egal ob bei der Bahnfahrt, bei der Busfahrt, vielleicht auch einfach im Auto. Kennt ihr das, wenn man als Beifahrer seinen Kopf so an die Seitenscheibe legen, dann fährt der Fahrer durch so ein Schlagloch. Ja. Und dann ist man wieder wach. Ja, in der Tat. Ich schaue hier gerade auch beim Sitzen als Lendenwirbelstütze geeignet. Ich glaube, das nennt man bei manch einem Auto Laudosenstütze. Ja. Dass du gerade sitzt, so ein bisschen die unteren Wirbel entlastend. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Guck mal. Aber mal so ein Kissen to go. Mal eben was für unterwegs. Ist doch großartig hier. Und ganz einfach entweder aufpusten oder noch einfacher hier, ganz einfach mit dem Blasebalg eben aufpumpen. So, jetzt langsam kommen wir mal bei die Musik, oder? Schön. Jetzt, guck mal her. Das sieht ja gemütlich aus. Ist das so ein softer Bezug, oder was ist das? Ja, richtig angenehm auf jeden Fall. Also kein Plastikhalmer, sondern ein schöner softer Bezug. Also Hautschmeichler. Schön. Was kostet man bei Pearl? 12 Euro bei Pearl. Schon sehr, sehr günstig. Sie können gerne bis zu fünfmal pro Besteller zugreifen. Kann man mit Sicherheit auch mal irgendwo im Campingbereich mal sehr gut gebrauchen. Im Urlaub. Ich finde es immer fürchterlich auf diesen Liegen, wenn man da liegt, dann hat man ein Handtuch unter sich. Ich muss immer so ein zweites Handtuch noch rollen, damit der Kopf irgendwo so auffliegt. Da finde ich das Spitzenklasse. Auf Reisen sowieso, bei langen Bahnreisen werden sie es auch kennen. Also das ist wirklich eine coole Geschichte. Praktisches Kissen braucht wenig Platz, fast gewichtslos und überall einsetzbar, sagt auch der Richard aus Augsburg. Bestellen Sie es mit der NX 6990 und der 569. Unser Kissen mit unserer eingebauten Pumpe. Bleiben Sie auf jeden Fall bis zum Ende dabei, denn unser letztes Produkt bekommen Sie heute für nur 2,50 Euro und wir sind natürlich gespannt, was für ein Produkt das sein wird. Schönes Nagelset habe ich hier in der Hand, wobei wir beides haben. Wir haben Schrauben und wir haben Nägel. Und ich kann es jetzt hier noch von den Schrauben sagen. Zeig mal die Schrauben. Ist ja alles dabei. Schätz mal wie viele. Schätz mal. Oh, ich bin im Schätzen schlecht. 200. Ich denke ein bisschen mehr. Mehr. Mehr noch? Echt? 300. Sogar noch mehr. Noch mehr. 400. Noch ein bisschen mehr. 450. 475. Ja, fast. 475. 475 Schrauben und die passenden Muttern dazu. Muttern, ja. Also das ist ja jetzt wirklich mal genau das Richtige, was du brauchst, wenn du genau diese Art von Schrauben mal im Haushalt brauchst. Ich liebe solche Universal-Sets, ja. Jetzt weiß ich aber auch, dass sie im Baumarkt für so etwas mal ein kleines Vermögen hinlegen können. Sie kennen das, wenn sie im Baumarkt irgendwo mal vor diesem riesengroßen Regal stehen. Sie brauchen eine Schraube dreieinhalb mal vier. Ja. Dann such die mal. Viel Glück. Ja. Oder stehst du da. Und dann müssen sie die abwiegen und dann kommen die so ein kleines Tütchen rein. Aufkleber drauf und so weiter. Und für so zwei blöde Schrauben fahren sie wahrscheinlich von Pontius nach Pilatus. Und der halbe Samstagnachmittag ist für die Katz. Jetzt haben sie hier mal ein schönes Schrauben-Komplettset. Und alles, was man so an Schrauben braucht, das sind klassische Schlossschrauben mit den passenden Muttern in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Längen, ist hier super sortiert in dieser praktischen Aufbewahrungsbox mal mit drin. Brauchst du vielleicht nicht jeden Tag, aber wenn du sie brauchst, bin ich davon überzeugt, dass du hier die passende Größe mit dem entsprechenden Gegenstück mit der passenden Mutter zur Hand hast. Und bevor du jetzt hier großartig rumsuchst und in den Baumarkt fährst und guckst, dass du da zwei oder drei Schrauben bekommst, die du genau in dem Moment brauchst, so kurz vor Feierabend, ja, ist das vielleicht mal die schönere Alternative. Da hast du mal alles schön griffbereit. Super verstaut, kannst du super mitnehmen. Wir können also auch raschen hier, da fällt nichts durcheinander. Alles da, wo es hingehört. Und ich glaube für 475 Schrauben und Muttern für fünf Euro kann man nicht meckern. Nee, absolut nicht. Vor allem das Coole daran ist ja wirklich, dass auch super sortiert hier alles drin ist. Das heißt, es liegt nicht alles durcheinander hier herum, sondern ist wirklich sortiert. Das finde ich ganz wichtig. Ihr kennt es ja bestimmt auch, diese große Werkzeugkoffer, wo sonst alles einfach nur drin liegt. Und da findet man dann nie was, was man gerade braucht. Hier ist das Ganze natürlich auch sehr übersichtlich, sortiert. Und für den Fall der Fälle hat man immer alles mit dabei, hier drin. Ja, passt. So, wir sind bei meinem Lieblings-Set. Habe ich mir im Baumarkt gekauft, in der Tat. Ist eine Weile her. Hält ewig, ja. Für, ich meine, ich weiß nicht mehr wie viele Teile es waren. Ich müsste lügen, das möchte ich nicht. Um die 20 Euro habe ich dafür bezahlt. Im Ernst, das ist wirklich teuer. Ja. So, jetzt hatte ich dann auch verschiedene Nägel, unterschiedlichen Größen. Ich brauche diese Stiftnägel schon mal ganz gerne, um Bilder aufzuhängen. Ja, du nagelst auch. Oder mein Kalender. Ja. Ja. So. Schön ist, dass Sie hier alles in der passenden Größe haben. Genauso wie Sie es in dem Moment brauchen. Ja. Haben Sie das hier zur Hand. Da sind dünne dabei, da sind lange dabei, da sind dickere Nägel dabei. Also wenn Sie nageln wollen, werden Sie die passende Größe daran finden. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Aber wie viele sind da jetzt genau drin? Da sind jetzt 550 Teile drin. Wow. 550 Teile. Mhm. Na, also da kommst du ja mal locker mit hin. Das ist echt gut. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Hier haben wir glaube ich noch irgendwelche, ist das Messingüberzug oder was ist das hier? Die goldenen. Steht da was zu? Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wir haben hier auch Messingnägel noch zusätzlich mit dabei. Ja. Und Mauerwerknägel. Mauerwerksnägel, ja. Die müssen ein bisschen länger, ein bisschen stabiler sein. Die Messingsnägel, glaube ich, nimmt man für Holz im Außenbereich, weil die eben nicht rosten sollten. Und das ist hier de facto nicht der Fall, meine ich zumindest. Ja. Fünf Euro für, wie viele Teile sagst du, sind das? Wie viele Teile sind das? Hier sind 550 Teile mit dabei. 550 Nägel. Ganz genau und das können Sie jetzt natürlich bestellen. Mit der NX 53, 55 und die 569. Hier haben wir auch nochmal einen Kundenbeitrag von Manuel. Er schreibt, endlich hat man das Wichtigste beisammen. Oder Hans schreibt, diese Schraubenmutter und Unterlegsscheibensortiment ist super und gut und günstig kann man immer gebrauchen. Für fünf Euro, finde ich, lohnt sich das wirklich. Oh, warte. Diese kleinen, diese dünnen Nägel für die Rückwände von den Schränken. Da sind immer zu wenig Nägel dabei und da rutschen dir die Rückwände raus. Da kannst du da lieber nochmal zwei, drei Nägel extra reinhauen. Dann hält's. Hammer. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So. Das macht ja Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. So, was haben wir jetzt noch alle? Wir haben schon eine ganze Menge gesehen heute, oder? Ja, so vielfältig auch. Die Kugelschreiber fand ich klasse. Die Haarbürste. Ja, großartig. Wandbild schön. Werkzeug war dabei. Oder Zubehör. Ja. Und jetzt haben wir einen 5-fach HDMI-Umschalter mit Fernbedienung. Hab ich vor ein paar Wochen, glaube ich, das erste Mal in der Hand gehabt. Und hab im ersten Moment überlegt. Im zweiten Moment fiel mir auf, wie praktisch ist denn sowas? Ja. Wie viele HDMI-Eingänge hat dein Fernseher? Zwei. Zwei. Aber ich brauch mehr. Wollte ich grad sagen. Also da ist ja mal so ein Satz-Receiver oder ein Kabel-Receiver. Richtig. Ist der erste besetzt. Die Spielekonsole wäre der zweite besetzt. Jetzt kommst du noch mit einem DVD-Spieler. Noch mal eine andere Spielekonsole, da willst du deinen Computer andocken. Da musst du dir jedes Mal überlegen, was zieh ich denn aus einem entsprechenden HDMI-Anschluss raus, um ein etwas anderes reinzupacken. Und deswegen haben wir jetzt hier einen Fünffach-HDMI-Umschalter mit Fernbedienung. Was sie brauchen ist ein einziger HDMI-Anschluss. Beispielsweise an ihrem Fernseher, beziehungsweise an ihrem Monitor. Und da kommt diese Adapterlösung dran und sie machen aus einem HDMI-Eingang in der Summe fünf. Aha. So, damit du jetzt hier bis zu fünf verschiedene Geräte über einen HDMI-Eingang anschließen kannst. Du willst natürlich nicht alle fünf gleichzeitig laufen lassen. Das wäre ja fatal. Ja. Also immer eins davon. Und damit du jetzt nicht jedes Mal wieder irgendwas umstalten oder umstecken musst, hast du die praktische Fernbedienung mit dabei, sodass du hier ganz einfach zwischen den unterschiedlichen HDMI-Eingängen, zwischen den sogenannten Ports hin und her switchen kannst. So nennt man das Ganze. Finde ich eine ganz praktische Angelegenheit. Ich auch. Und das für fünf Euro. Also ich bin gerade wirklich sehr begeistert, weil man hat vielleicht auch noch wirklich einen Fernseher, wo nicht so viele HDMI-Kanäle dran sind und da muss man sich nicht einen teuren neuen Fernseher kaufen. Man kann es hiermit ganz einfach trotzdem ausstatten. Mit der Fernbedienung, dass ich hier auch noch Inputs eins, zwei, drei, vier und fünf einschalten kann. Perfekt. Also das ist wirklich mal was, was man brauchen kann. Das ist ja wirklich ätzend. Jetzt hast du einen etwas älteren Fernseher, einen schönen großen Flachbildschirm und da hast du zwei HDMI-Anschlüsse. Ich sehe hier einen für den Kabel oder Sat-Receiver, den zweiten vielleicht auch für eine Spielekonsole. Jetzt willst du den Laptop andocken oder vielleicht ein anderes Gerät noch andocken und schon stehst du da und hast keinen freien Slot mehr. Und insofern musst du wieder überlegen, was von den anderen ziehe ich denn jetzt raus, um den nächsten reinzupacken. Damit brauchst du es nicht mehr. Einfaches Einrichten und anschließend umschalten der Fernbedienung ist mega einfach, sagt unser Kunde aus Apolda. Und der Alfred aus Lehre funktioniert sehr gut. Da am TV nur ein HDMI-Eingang ist, habe ich diesen Umschalter bestellt. Nutze den Umschalter für einen DVD-Player, Fire-Stick, Fire-TV-Stick und demnächst auch für den neuen Sat-Receiver. Also praktisch aus 1 mal 5. PX 2383 und die 569 für unseren fünffach HDMI-Umschalter. Ist dein Stuhl noch stabil? Ja, ich habe es seit langem nicht mehr geknackt. Ja, genau. Ich wollte dich nochmal drauf ansprechen. Vielleicht war es auch mein Knie, man weiß es ja nicht. So, wir sind zum Thema Sport heute Abend. Was ist denn hier los? Ich gebe das gerade mal an dich weiter für Boni. Was ist denn hier los? Wir haben hier Reinigungsmasse. Hier drin. Ach ja. Reinigungsmasse? Und wir haben nach Zitrone. Das riecht aber gut. Ja, das ist wirklich mal richtig clever. Habe ich auch das erste Mal hier gesehen bei Pöll TV. Vielleicht kennen Sie das auch. Es gibt einfach so Stellen, da kommt man mit einem Tuch nicht ganz so dran. Oder man kriegt einfach den Dreck nicht weg. Zum Beispiel mal bei einer Tastatur. Oder vielleicht auch bei einer Fernbedienung. Hier sehen wir es nämlich mal. Und damit kommen Sie dann auch in die ganz kleinen Ritzen hier bei einer Tastatur. In diese Lücken. Kennt ihr das vielleicht auch? Da kommt man sonst nicht dran. Da müssen wir mit einem Pinsel oder mit so einem Wattestäbchen oder sowas ran. Und richtig sauber wird es auch nicht unbedingt. Ich könnte es mir für das Auto sehr gut vorstellen. Diese Luftauslässe im Auto, wo ja auch immer der Staub drin hängt. Da kommst du ja gar nicht wirklich rein. Sieht so ein bisschen aus wie, wie hieß das früher? Schleimi. Schleimi hieß das. Ja, war grün. Und ein mega Spielzeug für Kinder. Aber das hier hat noch einen gewissen Reinigungseffekt. Es ist nicht nass, auch wenn es so aussieht. Es ist auch nicht feucht, sondern eher so ein bisschen klebrig. Ja? So. Ja. Und wenn du das jetzt hier mal auf eine Tastatur, auf so eine Handy-Tastatur, auf eine Tastatur von der Rechner oder sowas drauf packst oder mal so eine Fernbedienung von so einem Fernseher, die ja auch ganz gerne mal Staub ansammelt, dann bekommst du den Schmutz damit ganz hervorragend raus, ohne dass du ein feines elektrisches Gerät mit Feuchtigkeit eventuell kaputt machst. Ja? Ja. Macht natürlich Sinn, das trocken zu machen, auch wenn es lustig aussieht zugegebenermaßen. Aber es funktioniert wirklich. Wie gesagt, für das Auto finde ich es großartig. Das finde ich auch richtig klasse. Und der Geruch, der überzeugt mich auch. Riecht dann alles schön nach Zitrone. Ja. Klasse. Ist übrigens ein zweier Set, was Sie von uns bekommen. Zwei Stück für Flächen, für Flächen, Zwischenräume mit dem Duft Zitrone. Für die Reinigung strukturierter Oberflächen und tiefer Zwischenräume. Ideal für schwer zugängliche Stellen. Kann helfen, die Entstehung von Keimen zu reduzieren. Ja, auch das natürlich spätestens seit Pandemiezeiten. Ein Riesenthema. Vielleicht auch im Büro ganz einfach mal eben die Tastatur damit mal ausreinigen. Zuhause natürlich Fernbedienung und so weiter. Oder vielleicht auch mal die Tastatur am Handy, wenn Sie noch ein älteres Handy benutzen. Auch ein Thema. Für Männer, die sich trocken rasieren, mit dem Produkt lässt sich das Innere, ach so, lässt sich das Innere des Trockenrasierers sehr gut von allen Haarresten befreien. Viel besser als mit den Bürstchen, weiß der Harald aus Berlin zu berichten. Und Sie können es dann sicherlich auch mehrmals verwenden, bis es irgendwann dann eben auch nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube für fünf Euro zwei Stück wohlgemerkt. Das kann man sich mal gönnen. Du machst ja auch nicht jeden Tag sowas. So. Das scheint ein großer Karton für einen kleineren Artikel zu sein. Der Karton ist eine Mogelpackung. Ja. So. Es werde Licht. Tada. Moment, ich muss einschalten. Was haben wir denn hier? So, das ist eine... Hier haben wir einen kabelloser LED-Strahler mit Bewegungssensor. 360 Grad drehbar und in Schwarz. Sehr schön. Guck mal hier. Ja, die Farbe finde ich schon mal richtig klasse. Wir haben hier so eine Halterung mit dabei. Die kann man jetzt entweder so auf dem Boden mal anbringen, vielleicht auch an der Wand oder auch an der Decke. Und dann haben wir hier eine Taschenlampe. Aber das Clevere ist, dass man die einfach noch rausnehmen kann und dann einfach eine Handtaschenlampe hat. Ja. Oder man spielt auch damit. Ja. Es lädt das so ein. Es ist eine Ballform. Ja, stimmt. So. Das Schöne ist, dass Sie hiermit wirklich überall dort Licht haben, wo Sie normalerweise keine Chance haben. Im Kellerbereich beispielsweise. In der Garage. Überall dort, wo es vielleicht mal ein bisschen schummrig ist von der Beleuchtung her, wo Sie aber trotzdem ganz gerne mal vernünftigen Lichtkegel hätten. Das Schöne ist, das gute Ding ist akkubetrieben. Richtig? Akkubetrieben. Ganz genau. Das heißt, sobald man vorbeiläuft oder beziehungsweise sobald es dunkel wird, schaltet die sich von alleine einfach an. Ja. Also auch super praktisch. Das kann man natürlich gerade auch für den Hauseingang benutzen. Als Wandleuchte ist das natürlich sehr praktisch. Und das Coole ist wirklich, dass sie sich auch 360 Grad drehen kann. Mhm. Und die leuchtet natürlich auch super hell. Hier habe ich auch einen Kundenbeitrag. Da schreibt der Will, wenn man nachts durch die Wohnung geht, ist es wunderbar, wenn man automatisch das Licht angeht. Also auch sehr sehr praktisch verwendbar als Nachtlicht mit Bewegungsmelder und gleichzeitig auch als Taschenlampe. Habe schon lange nach sowas gesucht. Echt spitze. Macht schon Sinn, oder? Kannst du überall dranhängen. Und wenn du mal ein Licht an anderer Stelle brauchst, nimmst du diese Lichtkugel ganz einfach raus und fertig. Übrigens, Batteriebetrieben haben wir gerade noch festgestellt. Das heißt also, hier ganz einfach mal eben schnell zwei, drei Batterien rein. Du brauchst es ja nicht ständig. Also so ein Satz Batterien wird aufgrund der Tatsache, dass so eine LED-Beleuchtung natürlich auch nicht viel Saft zieht, wahrscheinlich eine Ewigkeit halten, als Schrankbeleuchtung. Also als Indirekte vielleicht. Sehr schön, oder? Ganz genau. Und da ist ja auch noch ein Dämmerungssensor mit drin und es leuchtet wirklich sehr sehr stark. Hier steht mit 100 Lumen. Das finde ich natürlich auch sehr wichtig. Für 5 Euro lohnt es sich auf jeden Fall. Also ein sehr cooler Artikel, wenn man natürlich die passenden Batterien hat. Ohne geht nicht. Ja? Das war zu sanft. Da hab ich keine Ernst machen. Hast du gerade nach Batterien gerufen? Ich habe gerade nach Batterien gerufen. Wann reichen mir die Batterien? Dann schau mal dort rein, Tracy. Ah, hier haben wir ganz viele Batterien. Oh, wie viele sind das denn? Das sind die ganzen... 32 Stück. Das ist das 32-teilige Batterien-Set. Moment mal, wir sind in der 5-Euro-Megashow. Ja. Und wir reden von 32 Batterien. Boah. Für 5 Euro. So, das alleine, egal was da drin ist, kaufen. Ja. Jetzt werden wir mal ein bisschen präziser. Sie bekommen 32 Batterien von uns. Und in diesem 32-teiligen Batterieset, für gerade mal 5 Euro, sind 10 mal die Doppel-A drin. Ja? 10 mal die Doppel-A, 10 mal die Triple-A. Das alleine finde ich schon spitzenklasse. Da zahlst du mittlerweile ein Heidengeld für. So ein 10er-Pack. Wenn du das draußen irgendwo kaufst. Ja, Batterien sind teuer geworden. Ja, das stimmt wirklich. Seltene Erden, hohe Preise. Ja. Und wenn man mal Sonntagsbatterien braucht, dann geht man in die Tankstelle und dann wird man ein Vermögenlos. Und ich habe es ja auch gerade mal getestet. Auch hier so in der Vorweihnachtszeit. Ihr seht meinen Tannenbaum. Und da brauchte ich auch mal Batterien. Also wirklich gut. Doppel-A, Trippel-A brauchst du ständig. Ja. So. Jetzt reden wir aber hier auch noch, das wären ja nur 20. Das sind ein 32-teiliges Set. Also du kriegst insgesamt noch 12 von diesen Knopfzellen. Früher haben wir gesagt Babyzellen dazu. Die finde ich spitzen. Ich habe so kleine LED-Teelichter in meiner Küche stehen. Die laufen genau mit diesen Knopfzellen. Ja. Autoschlüssel auch. Autoschlüssel. Auch für viele ein Thema. Gerade auch Spielzeuge und so weiter. Da ist häufig auch mal so eine Knopfzelle mit drin. Kann man immer mal gebrauchen. Die haben Fernbedienungen. Hier die Fernbedienungen von den LED-Kerzen und so weiter. Die haben auch eine Knopfzelle drin. Auch die sind mal irgendwann leer gelaufen. Ja. Und jetzt rennst du von Pontius nach Pilatus um so eine blöde Knopfzelle zu bekommen. Und hier werden sie dir quasi auf dem Silbertablett serviert. In unterschiedlichen Stärken und vor allen Dingen in unterschiedlichen Größen. Aber alleine diese 10 AA und 10 AAA sind für 5 Euro schon fast hinterher geworfen. Wahnsinn. Spitzenklasse. Hier noch zusätzlich die 12 Knopfzellen. Frei von Quecksilber, frei von Cadmium und mit sehr gut bewertet von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien. Ausgezeichnete Betriebsdauer. Getestet wurden Pearl. Super alkaline Batterien. Typ AAA ist der gleiche wie die anderen Batterien auch. Sehr günstige Batterien, die sehr langlebig sind. Preis ist sehr günstig, sagt der Jörg auch aus Ludwigsburg. Kann man immer gebrauchen, oder? Und natürlich auch super einfach als Vorrat zu Hause da zu haben, weil Batterien, egal für was, kann man die super anwenden. Für 5 Euro sind sie hier natürlich super ausgestattet. Daher lohnt es sich wirklich zu bestellen. Ja. Übrigens, sie können hier gerne bis zu 5 mal pro Besteller zugreifen. Und das bedeutet, sie können sich hier mal einen richtig ordentlichen Vorrat anschaffen. Mein Hinweis, klar, geht es in die Winterzeit rein, in die Vorweihnachtszeit rein, da kommen die Lichterketten mit den LED-Batteriefächern. Mit den Batteriefächern. Da kommen die LED-Kerzen dazu und so weiter. Brauchst du mal Doppel-A, brauchst mal Triple-A, da hast du in der Regel immer zu wenig da. Holen Sie sich mal 2-3 Pakete davon und lehnen Sie die ganz einfach mal zu Hause in die Schublade. Der Tag wird kommen, da brauchst du die. So, bin sehr zufrieden, hab mir das Weihnachtsfest gerettet. Kinderaugen strahlten, danke. Ohne Bedenken weiter zu empfehlen, immer wieder gerne. Die Erfahrung hat die Annette aus Meißen gemacht. Gerade bei Kinderspielzeug, so ein ferngesteuertes Auto, da muss eine Batterie in die Fernbedienung rein. In der Becher ist sie nicht mit dabei. Und dann stehst du da unterm Christbaum, ja, am Heiligabend. Und da versuch mal 3 Batterien Triple-A aufzutreiben. PX1677 und die 569. Ich höre gerade, wir sind fast am Ende angekommen. Und wir haben Ihnen versprochen, dass Sie am Ende unserer Show einen Artikel für halbe 5 Euro bekommen. Sprich für 2,50 Euro. Ich bin mal gespannt. Das kriegt man heute schon für 2,50 Euro. Bitte schön. Dankeschön. Vorsichtig. Dankeschön. Vorsichtig. Vorsichtig. Nicht irgendwann zu löschen. Ah, oh, oh. Holla. Das ist ja ein Kunstwerk. Das ist ja echt ein Knaller hier. Nee, ernsthaft jetzt. Das ist aber neu gemalt, oder? Ja? Die Irina, das kann sie. Guck dir das an. Wow. Wunderschön. Wir haben nämlich hier solche Schreibtafeln. Aber Sie sehen schon, das ist jetzt hier kein Blatt Papier, sondern man kann hier einfach draufschreiben. Sieht ein bisschen aus wie so ein Tablet, finde ich. Ja. Und wir haben hier gerade schon eine richtig schöne Zeichnung bekommen. Sehen Sie die? 5 Euro Megashow. Tracy, Carsten und ich. Das ist ja echt ein Hammer. Mal eben aus der freien Hand gezeigt von unserer Aufnahmeleiterin Irina. Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Du hast echt Talent, Mädel. Wahnsinn. Geil. Sehr schön. Spart man sich natürlich Papier, kann man im Prinzip ein bisschen drauf rumkritzeln oder eben so malen, wie das unsere Irina eben einzigartigerweise kann. Das finde ich schon spitzenklasse. Mal einen Einkaufszettel drauf, ja. Oder mal irgendwie eine Notiz oder sowas. Alles können Sie mal mit Papier machen, schmeißen Sie weg. Ist auch mitunter kostspielig und nicht gerade umweltverträglich. Nehmen Sie das mit, wenn Sie mit Ihren Kindern unterwegs sind, in einem Restaurant was essen gehen. Sie wissen, Kinder sind da recht schnell mal quengelig. Wenn die Erwachsenen noch mal eine Stunde am Tisch sitzen, dann wird's langweilig. Richtig. Ja, die Kinder kriegt es denn im Restaurant ja, wie gesagt, für die Kinder was zum Ausmalen. Ein paar Buntstifte. Hab schon ewig nie mehr gesehen. Ne, da hast du wohl recht. Dann nimmst du sowas mal mit. Lässt das Handy mal weg vor allen Dingen. Ja. Und dann können die Kinder mal so ein bisschen rumkrakeln. Und wenn sie fertig sind, kannst du es jederzeit wieder löschen. Hier, zack, auf dieses Mülleimersymbol drücken, wups, und dann geht's wieder von vorne los. Finde ich super. Kreativität. Ja, auch gerade für lange Autofahrten vielleicht, um die Kinder einfach mal ein bisschen zu beschäftigen. Gerade jetzt, wenn dann wieder die Feiertage anstehen und man vielleicht auch länger zur Familie mal fährt. Super klasse, auch wenn einem mal langweilig ist. Oder einfach mal vielleicht, um seine Frau oder seinen Mann morgens zu überraschen mit einer netten Botschaft, wie wir es hier gerade sehen. Liebling steht hier mit einem Herz. Finde ich auch schön. Ja, das hat was. Ja, vor allem, ich könnte mir auch gut vorstellen, das gerade am Kühlschrank hinzulegen. Und dann, wenn man irgendwas noch braucht, dann kann man da die Einkaufsliste auch draufschreiben. Also so ein Notizblock in elektrisch ist super, super praktisch. Und ich finde, das macht auch wirklich immer Spaß. Und ich glaube, Kinder freuen sich natürlich auch mega darüber. Und die kann man damit natürlich auch super lange beschäftigen, weil das macht einfach Spaß. Ja, ich weiß, dass Ralfs Enkelkind die hier benutzt. Er findet das immer so toll, dass er das löschen kann. Ich glaube, das macht einem auch Spaß. Ja. Panette Botschaften. Oh, ich bin gerade froh, dass ihr das gelesen habt. Ja, genau. Ja. Liebe Nachrichten, Carsten. Liebe Nachrichten. So, pass auf hier. Er hat geschrieben, er möchte die Scheidung. Nein. Judas. Ich habe hier auch einen Kundenbeitrag von der Anna. Sie schreibt sehr praktische Notizblock, schnell mal was notiert und nachgebrauch schnell wieder gelöscht. Prima und praktisch. Wir können das jetzt natürlich bestellen mit unserer Bestellnummer NC 2161 und die 569. Und das war sie, unsere 5 Euro Megashow. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Rufen Sie jetzt an und bleiben Sie dran, denn jetzt geht es bei uns spannend weiter. Ja. Wir wünschen Ihnen natürlich ganz viel Spaß. Bleiben Sie dran.